Herzlich willkommen! In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre C-Electrical-Programm-Einstellungen sichern können, um diese zum Beispiel auf einen anderen Rechner zu übertragen. Zu diesen Konfigurationen gehören allgemeine Voreinstellungen einiger Funktionen, Druckereigenschaften, sowie die Hotkeys. Und sofern das Zielsystem die identische Bildschirmauflösung verwendet, werden auch die Fenstergrößen und Positionen wiederhergestellt. Starten Sie C-Electrical mit einem Projekt und einer Seite und öffnen Sie den Befehlsbrowser. Unter der Kategorie Verwalten finden Sie den Befehl Export Config. Klicken Sie ihn per Doppelklick an und Sie werden aufgefordert einen Speicherort für die Einstellungsdatei anzugeben. Diese Datei mit der Endung Rech beinhaltet die wichtigsten Programmeinstellungen und kann auf einem anderen System einfach per Doppelklick eingefügt werden. Diese Funktion kann auch dafür benutzt werden, um die gewohnten Einstellungen wiederherzustellen. Dazu stellen wir einmal den Stiel im C-Electrical um und verschieben den Projektbrowser. C-Electrical muss geschlossen werden. Und nachdem die Rack-Datei per Doppelklick aufgeführt wurde, müssen die Windows-Meldungen noch bestätigt werden. Danach kann C-Electrical wieder gestartet werden und sieht wieder wie vor den Änderungen aus. Hoffentlich hat Ihnen das Video gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie uns demnächst wieder besuchen.